Moin, willkommen zu einem weiteren Team Ranked mit den YouTube Allstars. Wir sind gerade frisch aus der Promo raus, sind immer noch Gold 5. Und ihr habt die Möglichkeit, das Spiel aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und zwar, indem ihr ganz einfach die Beschreibung schaut und euch den entsprechenden Charakter quasi raussucht. Wir haben eine heftige Engage-Kombo gegen uns. Mal sehen, was wir dagegen tun können. Ich habe Angst. Wir haben aber auf jeden Fall, glaube ich, auch im Early-Game ganz gute Chancen, wie Krone schon gesagt hat. Wir müssen einfach noch die Hände wegdrücken. Bevor es zu den Teamfighten kommt, müssen wir jetzt einfach zerstören. Ich maximiere das Q. Nur Q. Achso, okay. Ich maximiere das. Das bringt eh nichts gegen die ONA, wenn ihr ein Geld stürmst, tut. Das ist das andere Team, das dann sagt, oh mein Gott. Oh mein Gott. Jedes Mal dasselbe mit Sona, echt. Oh, ich dachte auch gerade 4 AP, oh mein Gott. Der ist ja Champion, der trollt mich jedes Mal aufs Neue. So. Oder sollen wir invaden oder so? Ähm. Ich meine, oh gut, die haben Taunt. Ja, die haben eigentlich ziemlich viel CC, ne? Ich habe einen Power-Code bereit. Wo fängst du an, Krone, bei Red? Krone redet dich mit. Krone mag nicht mehr mit uns reden. Der Summoner heißt Disconnected. Wir sind zu schlecht. Wir sollten uns auf den Verhandlung von Peirly WhatsApp tun. Was ist los, Krone? Ich habe dich angehört. Wie bitte? Hörst du uns nicht? Ich habe dich gerade was gefragt. Nee, ich wacke kurz Twitter zu machen. Achso, okay. Ich dachte schon, du magst uns nicht mehr. Nee, nee, ich wacke gerade. Lass mich noch ein Wort setzen. Full engage, Anzeck. Ich habe kein Wort. Hat noch einer ein Wort? Äh. Ich habe mal was dabei. Soll ich? Der Wort steht hier bei mir. Na, da noch ein Wort setzen. Na gut, dann weiß man, wo der Genre ist. Aua. Kommst du? Soll ich? Oder was jetzt? Du sollst zu uns kommen? Ja, wir haben keine Ahnung. Wir müssen ja mal mit Namen oder Champions arbeiten. Maxim. Support. Wenn es um Worts geht, immer Maxim. Weißt du doch. Was, Orianna? Da ist das Pigma-O hin. Hier, lass mal hier ein bisschen. Lass uns da ein Deep-Wort setzen. Wow, 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 guck mal, guck mal, guck mal. Oh, die rennen hier über. Die gehen hier richtig. Oh. Lass uns da ein Deep-Wort setzen. Komm. Okay, gut. Oh, wenn da jemand dabei wäre. Ja, ich. Ja. Zumindest ein Flash. Ja. Ich fange jetzt Red an. Oh, du fängst Red an. Irg. Ich will den Top-Man mit erstmal ganken. Die habt ihr ja eh meistens. Meistens hat die Boten ja ein paar Wort vorgekommen. Ja, sehr. Pass auf. Okay, die haben bei deren Red gestartet. Reicht, ne? Ah, ja. Draw a Pony heißen die. Ist ja lustig. Ashley, Leona. Hat Orianna Worts bei Abnehmer? Hat Shannon Worts bei? Ne, ne, die hat keine. Oh, je. Ja, wie sagt ihr? Wie so hat dein Leona einen Mana-Dings dabei? So steh ich nicht. Oder ne, die hat beides dabei. Ach so. Okay, Botlane hat überhaupt keine Mords. Ja, doch zwei. Oh, ne, doch. Wieso hat die es denn hier? Ne, hat drei. Sie hat sogar schon einen Lane-Hort gesetzt. Wieso hat die so viel? Oder war das das Hauptstunde-Minuten-Wort? Aber die hat übrigens viel Knick-Time. Toll-Tack. Noch einen Weg Richtung Toll-Tack. Ich kann, wir kriegen nur noch Befeuern. Für so ungefähr alles. Hast du Stand ready? Ja. Na, versuch. Ja, war dann leider nicht so viel. Der war gerade schlecht in Position, hättest du noch kurz warten können. Ich weiß. Komm vielleicht gleich nochmal wieder. Oder ich komm bitte. Sechs, glaub ich, Mitte. Ich weiß, wie aggressiv ich auch immer spielt. Ja, Sechs. Gold oder so. Ich hab auch richtig in Mitte. Oh. Ich hab jetzt mein Slow. Sechs Spot. Sechs Spot. Oh mein Gott. Oh, die dived. Red for Action. Ich bin hier. Höre die. Irgendwie. Vielleicht vom nächsten Mal. Cue, 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 Cue. Kann ich nicht. Ich hab cool an. Jetzt hab ich aus Cue. Jetzt. Nice. Kannst du nicht. Oh, schöner Cue. Boah. Was? Sorry. Ich kann ganz nix machen. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Oh, ich hätte auch nicht gedacht, dass der von da kommt. Heiliger Scheiße. Kann ich noch mal in die Mitte? Naja. Die Ash geht back. Warte, lass mich kurz ein bisschen Energie sammeln. Ah, ich spiel da auch ziemlich passiv. Okay, das können wir jetzt, wo sie lasst. Weg, sechs auch Mitte. Oh, okay. Jetzt, jetzt, doch, doch, lass das. Weg, ist da oben bei den Wraith. Naja, hat keinen Sinn. Boah, der wird gleich zu dir kommen. Aber vielleicht können wir einen Counter-Gank machen. Naja, der läuft ganz hoch. Nee, oder er kommt hoch. Nee, kommt hoch. Top, top, weg. Pass auf. Halte ich unten weiter auf, dass er nicht zu sehen. Die hat jetzt aber Flash verbraucht, oder? Die Ash? Die ist ja zu mir geflasht, oder? Ich glaube schon, ja. Meine Audi ist geflasht. Geht jetzt Mitte oder Top, denke ich? Ich denke, dass er jetzt schon Top ist. Ich weiß, was passt jetzt. Ich habe Angst, dass der nochmal hier hinkommt. Geht schon wieder so aggressiv. Dieser Keks, ey, der hört sich so eklig an. Das ist so bitter ist krass, oder? Das ist so widerlich, echt. Das ist so ein übelster Fettwanzt, ey, dass ich da, also nicht, ey, nur pures Fett rein schmanzt, ey. Das ist unnormal. Fetter Gamer. Da passt er zur Sona. Da passt er zur Sona. Und die Bots, äh, Ward? Ähm, Lane Ward, glaube ich. Weil die Ash hat mit Pickaxe gebrochen. Erst nur am zweiten. Ähm, hier unten, glaube ich. Fölkisch auch geworden, das ist dann okay. Können ja mal baiten. Weiß nicht, können die ja mal locken. Ja, das war ne Brunumssache. Dann wird's gut baiten. Ja, aber wenn die Lohna reingeht, so könnt ihr auf den Völkern gehen. Ey, was war das denn? Gesehen? Ja, wir gegangen, ja. Mein Schuss war... Können wir die Lohna gleich abfangen? Wenn die wiederkommen? Mhm. Falls die wiederkommen. Oh Gott, das kriegt. Jetzt kommt's ja, jetzt kommt's ja. Ja, ich komm, ich bin auf dem Weg, also... Später, später. Ja, mein Wort. Weg, weg, ist halt mit der Fuck. Weg, ich bin auf dem Weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott! 7 HP. Oh mein Gott, this game sucks. What? Oh, man. Fuck, so close. Guck's dir an, ne? Boom. Headshot. Weg, 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 weg. Boah, ich steige nicht auf. Weg, sacke, weg. Weg, ist wahrscheinlich oben. Wäre der Zag nicht da gewesen, hätte ich sie gehabt. Aber nein. Würde jetzt gerne auf ein Level aufsteigen. Ja, ich muss back. Ich kann hier überhaupt nicht bleiben. Das macht keinen Sinn. Ich kann mir aber direkt BF-Sword honen. Ich kann nicht mehr aufgehen. Das macht nichts. Ich bin mir da gewesen. Ich kann nicht mehr auf den Ball. Ich kann nicht mehr auf die F-Sword. Me? Miss? Nicht bei einem langen Sch Schmähle. Boah, alter Schmähde. Ablos. Unbezahlbar, ja, die... ... die Philo. Hm. Entweder Philo oder keine Watts. Äh, ne, Philo und keine Watts, oder... Watts und kein Philo. Ja. Ich hab mich für... Kommst du oben klar, Aime? Jaja. Machen wir sehr gut. Ja, Shen ist jetzt ja das Arschloch, ne. Shen ist 6, ne. Wir müssen uns jetzt bitte genau daran halten. Nicht engagen. Außer... Ah, zum Glück hat Riven Unterbrecher. Also wir können nur engagen, wenn Shen oben ist und Riven er näher. Dann können wir engagen. Ähm, den Blue, was wir noch? Ähm, Uri ist Misty, geht hier hin. So ein Drake. Vom Richtung, aus Richtung Drake. Ich weiß wie du da. Ach du kackt, jetzt schon. Ein Lech. Sind of der Bottling gleich da? Lech könnte aber auch da sein. Gucken, ob ihr jetzt hier in 7 Watts stellt. Ne, was machen wir jetzt hier? Wieso will denn in Dragonborn? Wenn sie wiederkommen können wir sie killen. Können wir sie killen? Wenn wir sie killen, jetzt, 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 jetzt... Bis ist Misty. Die wird Flash. Bitte ist Misty. Na, fuck, hätte ich meinen Q getroffen, wäre die gestorben. Bitte wieder da. Hat Blubuff gekommen. Sex beim Blue. Säk ist beim Blue. Ich bin fast auch. Kurz weg. ich hab echt angst vor dem säg der kann so weit in geld schon einfach dazu kacke naja der wird auch noch da sein ich brauche die jetzt bin ich für dich sehr gut sehr gut gemacht sehr gute ulti recht nichts benutzt wo ist der zack der ist oben oben keine ahnung war ja bekommst ja die euro mit auch nicht mit hier ist so zu schnell und das mit ihr aber das mit der uri war eigentlich ziemlich langsam dann hat er verpennt die trifft aber auch jedes volle und ich steig nicht auf ich habe mich sehr lang ist bei dir übel sehen ich meine noch ein kann gar nichts machen hier schnell die will base und jetzt drei dorans ringe wenn da aber dann kommt irgendwann sick und ich habe jetzt mal noch ja da kann ich mir viele holen ist ganz nass alles klar ich habe in 20 sekunden und hier aber das ist auch hier irgendwo ist wieder so nah hat es wieder so nah ja was da los alles stil hier das dealer boy er eben ist ganz still von dem wird man gar nichts ja so langweilige top lane oder wird ja ich kann nicht hätten ja aber brauchst du auch nicht nur ich ist nicht gegangen sie ist trotzdem völlig useless ich habe noch ricks aus und ich habe zehn sehr gut dann tower kommt und versuch ein bisschen pink zu waren also warte bis kurz ich habe ja noch flash und barrier hat die da auch ein pink werne bekomme ich jetzt sogar gleich einfach rein aber er kann mich töten es liegt so rein und weg ist da weg ist da mein gott wo ich alle oh mein gott wo die shen ulti man heilige scheiße per mcc wir haben sie gegen die regel verstoßen das problem war eben ist gerade weg gegangen und dann habt ihr das müssen wir einfach verlassen aber den meisten schaden hat mir echt der säcke gemacht von allen es ist so krass man er macht mir der lässt sich slingshot 300 ich habe ein wort dabei die machen den bestimmt nicht fertig oder das uri ist auch noch da und geht alles ab aus der ulti ich komme nicht mehr ran rechtzeitig oh shit aber das war kack auch er war auch total pech einfach genau in dem moment wo wir go machen wollten war der säck in dem busch hier ja ja wir müssen einfach die regel machen jetzt können wir vielleicht engagieren also wenn meine ulti wieder da ist hat er seine bestimmt noch nicht aber wir sollen es aber lassen wir haben jetzt auch nichts mehr vor allem ich bin da mit netz reingegangen ich habe einfach viel zu lange cool ich bleibe jetzt einfach gleich nochmal da weil die haben jetzt nämlich keine wards das heißt sie müssen jetzt direkt feldschick machen die werden doch selber jetzt nichts machen die wirst wundern wenn die jetzt aggressiv werden ich kann ihn einfach überhaupt nicht vorne machen das ist so nütz der ist doppelt so stark wie ich woher sobald der sunfire kipp hat geht es richtig durch oben ja kann ich glaube ich killen sogar koreana smith koreana ist wieder da die macht nur die geister die ganze zeit deswegen ist die miss koreana 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 dieser schaden ist so abnormal okay also jetzt können wir uns bitte an die regel halten vor vor allen dingen ganz ehrlich also ich habe ich habe 1400 200 live der sack alleine hat mir davon 800 gedrängt ist so heftig man gegen diesen schaden komme ich überhaupt nicht klar ist einfach viel zu hoch ich habe kann vor allem ich wurde noch nicht mal von seinem engage getroffen sein q sein e getroffen und ich habe so viel live verloren positiv ist okay alles gut das krass ist der schenner drückt mehr damage als die ori ja ich sag ja die tanks machen mehr schaden als sie als die carries das ist so krass ich übe auch die wäsch die kann mir auch geradezu gar nichts eigentlich aber der sack der ist einfach ausgerastet man stand einfach nicht mehr eins gegen eins ja sogar um seine ulti noch weggekriegt eigentlich naja das ist ja das krieg ich den oder willst du den mach ruhig ein ich hatte kein schatten um uri schon wieder müssen aber die hat halt ein stück vielleicht ich kann nichts mehr gegen machen halt hier oh 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 geil zu dritt oh mein gott oh mein gott ey dieses game ist so beschissen ey aah man ey wir hätten echt niemals engageen sollen das war so scheiße aber das hat uns die botnen so gekostet ey wir können bitte nicht pushen das ist ja ey das ist echt krass ey koppeln ist der zack ach ey äh schön hier ist eh nichts ab guck da oh da kommt was ich gehe hier lang ja die uri hat halt hourglass ich kann die jetzt nicht mehr killen die kommen ja gleich lang dann ist drag ab 19 19 also gleich das ist echt schon wieder keine ulti kann man den keine passive ja die gehen zum dragon also wir brauchen nicht jetzt riven wir sind alle hier wir wollen auch Shen zu unterbrechen eins von beiden aber der Shen ist ja nicht da der ist weggegangen ja im moment noch nicht aber der wird der der base ulti deswegen musst du riven jetzt richtig schnell der dragon spawnen 3 sekunden ja der ist instant gone ich lauf aber wisse ich versuche mich zu snaggen bleib einfach weg ich versuche mich zu interessieren ja wie sind wir ich bin gleich da ich bin gleich da sehr gut nice grunt grunt komm nicht raus komm nicht raus wir können ja jetzt ne ne bleib geht weg die kommen die kommen die kommen die ist doch da noch Shen hat noch ulti wir können die eigentlich nicht halten aber aber oh gott oh ist die low oh ist die low kardus ulti alles oh mein gott oh nein oh mein gott ey jetzt chasen mich die beiden tanks hier zu tode oder was krank sagt bist du halt einfach mal so biest drück mir beim meisten damage und feit was darf ich ablauten wir können einfach back gehen oder hast krank gesagt ich hab back ja muss ich zugehen wir sind ja back gegangen aber dann kam er ich hab keinen mana ich kann dich nicht beschützen totlich ey ist so krass man ey oah ich krieg grad so nen hass auf die tanks ey das ist unglaublich ey die töten dich einfach wie Carries ist so krass man echt 500 damage von Sonas Q äh von Leonas Q man 500 die Ori lag weg mit ihrem Sonjas ey hast du gesehen ne ich hab Ulti auf Ori gemacht es stand die Ash neben und dann kommt der Sek noch reingerannt und blockt ich hab's gesehen und der war selber oah wir sind fast alle wieder gestanden das ist so krass man ey da 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 eigentlich ganz gut angefangen also die Ulti hat gesessen ja wir konnten auch ganz damage machen aber irgendwie eh ich weiß auch nicht die Tanks die sind einfach zu übel können wir nicht können wir nicht können wir nicht der Stand ist halt richtig krass nervig wir brauchen ein bisschen mehr damage krass ist ja die Ash und die Dings haben gar nicht viel schaden gemacht ja ja mir hat der Shad am meisten gemacht however ey wow die kriegt ja überhaupt kein damage was hat die denn die hat noch gar keine Armour gebaut ja voll mach dem Schenker auch keinen Schaden ne ich kann nur wegrennen ich kann nur wegrennen oh my god lol das ist so funny das ist so funny aber warum denn eigentlich das weil der 200 Wustung hat ja eben und der Zapps mal angehen wir haben ja halt ein ED Team ne wir brauchen sobald wir unseren Last Whisper alle haben dann siehts anders aus ich hab einen Last Whisper aber ich glaub gegen den Schellen mit da ja nicht nur dat die haben halt auch ein Teamfight Combo von Oriana und Zag ey die ist echt nicht ohne die kloppen uns halt einfach mit ihrer Wombo Combo zu Brei aber ich denke Melfight wär noch schlimmer gewesen Melfight mit TP ja aber dann hätten wir die Teamfights auf der Botlane auf jeden Fall nicht verloren also die Watters Teamfights aber die Fights halt ja ok das stimmt hat der dann hingeulted ich geh mal hoch mal gucken ob ich den sit äh schon zu zweit zu zweit also im 101 kann ich den nicht wissen komm auch mit hoch aber jetzt eh geworden alles ich trinke Wasser boah sieht gut aus boah zu viel Amor halt wie geschehen wenn der nach oben backläuft dann ist es gut ja genau ja genau oh wie sie einfach mich lieben oh mein Gott boah ist der tanky oh lol ich hab ein 8 drauf kein Ulti alter die Minions hab ich geblockt willst du mich verarschen wrong wie tanky guck mal das waren alle Ultis die wir hatten gefehlt wow ich hab gross bot 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 ihr müsst bot gehen ich hab Homeguards ich ich geh ich geh bot ja oh god ja ich geh jetzt bot ich hab Homeguards warum die chill ne lasst die über bot gehen die pusht da hinten ne die umgepusht halt ne warum geht keiner bot ich bin auch umweg ja kiff hat er gesagt ja ja ich geh ja naja einfach move'n mit der am dichtesten dran ist was mit drake hat ooohh age arrow ja ich hab den abbekommen machst du da aim nix chillen ich hab den lag arrow gehabt verschwunden rein drake hat noch ein bisschen Zeit glaube ich von warte drake 19 32 aber die scheiße ey die hat auch schon ganz gut gefarmt ey O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Das war halt... Jetzt könnten wir was oder... Jetzt müssten wir was machen. Ah, jetzt ist es echt gerade Bot da. Das wäre eigentlich ganz gut. Ich wäre irgendwie entkriegen würden, aber die haben ja über... Kannst du den Oracle leisten als nächstes, Maxime? Versuchen? Ja, ich hab 300. Ich würde dann warten. Zeit dann. 3. Ah, es ist pusht halt gerade Bot gegen. Top ist halt hart gepusht. Wir kennen das vielleicht. Oh, top ist schon. Okay. Oh, krank. Jetzt müssen wir weggehen. Oh Gott. Wir müssen jetzt eigentlich wieder Bot daffen im Moment. Ja, jetzt können wir wieder Bot gehen. Oh, shit. Wir haben halt keinen guten Engage. Gehen wir unten auf Bashi? Die Porten, glaube ich, oder? Nein, ich hab da kurz den Recall gesehen. Ja, ich hab's auch gesehen. Ja, vor allem die sehen uns eh durch den River. Die haben ihn eh warded. Jetzt geht's zurück. Ich weiß auch, dass sie nicht Baron gehen oder sowas. Das muss auch einer gehen. Ja, Problem ist halt, je länger das Game geht, desto tankiger wird einfach der Sec und Chain mit Armour. Die bauen einfach nur Armour und dann irgendwann haben wir keine Chance mehr. Ja. Ich werd direkt... Brake ist wieder ab. Brake ist wieder ab. Ja. Lass den Brake gucken. Die haben hier gewarded. Case check. Boah. Go to the Brake. Was? Oracle? Maxxin, komm hier unten hin. Heiß auf den Board. Dann sollen noch die Barren machen. Brake ist immer noch ab. Das sind aber alle miss. Glaub die machen Barren? Nee. Glaub immer noch die machen Barren. Ja. Kann ich ja auch Solo machen oder so. Das ist aber ich. Oh ne, ich. Dann nicht. Komm rüber. Oh, 6, 6, 6, 6, 6. Der gehst drüben alleine, oder? Aber er hat keinen Follow-up, ja, ja. Wird flashen. Fuck. Bin raus. Oh, Shen-Ulti. Fuck. Pfff. Oh, stirb doch mal bitte, Oriana, ey. Ich kann überhaupt nichts... Ich kann nicht zu euch followen. Das ist ihre Wahrheit? Nein, was hat dich getötet? What the fuck, was hat mich denn gekillt? Ich kann überhaupt nichts machen. Der hat noch ihr Ulti gehabt. Kann doch nicht sein, dass wir das verloren haben, grad. Ja, sicher. Nein. Wir haben die grad so zerfetzt. Ich hab die Ashesie gekillt. Die Ashesie war sofort tot. Die Ashesie war sofort weg. Ja. Ja. Das Drake zählt. Wir waren halt alle gar nicht in Position, um da eigentlich zu fighten. Ich kann nicht einfach runterjumpen. Das ist... Kacke. Ich kann nicht einfach runtergehen. Das ist... Beschissen. Boah, der Shen ist so heftig, ey. Oh, wie fucked. Boah, der kann man auch noch verloren. Damals. Roger, er auch. Ey, der hat auch schon ein Rando hins, Mann. Oh mein Gott. Du bist das. Boah, wie viel Damage der direkt. Das ist der Tank von dir. Ja, ist halt mega lächerlich, ne? Ist halt mega lächerlich einfach nur. Der hat auch geil schon. Ich mein, ey. Der hat... Oh, ein Sunfire hat er. Okay, genau. Ja, natürlich. Dann ist halt natürlich schon... Teams legit. Auf jeden, ey. Problem ist, dass er Level 17 ist. Ja, die Base... Der Base-Schaden einfach. Sein Q und Passiv halt, die machen halt am meisten Damage. Dann auch Leona, Mark... Dann kann ich mal Level 13. Dann geht Bilk. Hat kein Ultimear. Die haben gerade Baron gewartet. Die sind Zack. Ohne Passive. Die haben gepinkt. Die Zack hat auch zwei Pinguawatts. Aber ich glaube, bei uns zu machen lohnt sich jetzt gerade nicht so wirklich. Ne. Schaffen wir nicht. Der Schaden ist zwei Bagger schaffen wir nicht. Können jetzt Gearspot gegen pushen, ne? Also... ... und so ein... Das ist ein Pink. Oh. Pass auf, wenn ein Drink ist, denke ich mal. Weil ich bin. Oh, sind die, ey? Die sind da. Oha. Der Teamsteak. Ja. Ich bin da. Mach du Scheiße. Naja, heute ist aber echt, heute ist aber echt hier Polen offenen Jetzt Ihr hättest sterben müssen, Jungs Ihr hätt immer noch wie Sonjas, immer noch wie Sonjas Guck mal, die fuck NP Ich hab dich Oh, was ist das mit Wow, was ist das mit Alter, der echt Alter, ganz ehrlich Ich hab mich am Arsch Ey, das ist so krass Diese scheiß Shen-Ult, den bannen wir immer, ohne Scheiß Die haben wir noch 8 Schilde hier im Team Weicht So krass Na, das war so epic gespielt Ich dachte echt, die Oriana können wir eben wegklatschen Wie viel Schaden macht er? Gar nicht Oh da, doch ein viertel Leben hast du gezogen Ein viertel Ach, die haben auch ne Barron dafür bekommen So krass, ey Ey, so das ist echt viel heftiger als ein Team Ja, die haben auch wieder ne scheiß Team Ja, und obwohl die nur Gold spielen, ne? Also die spielen halt einfach von der Compteile auch schon viel steck Das ist halt alles Solo-Lanes, ne? Wenn du Solo-Lanes nicht ahead wirst, dann... Ja Deswegen sag ich ja, wir müssen mal ne Combo ausprobieren Aber man, ne richtig schöne Team-Combo sich noch Ich hab euch gefragt Keiner hat mir was gesagt Oh, ich... Ich bin auch für ne Flash-Nulti-Combo Ich bin auch für ne Flash-Nulti-Combo Das gerne mal ausprobieren Das ist ein Wort Ich weiß nicht, wenn die Tanks nicht schon so dick werden, würde ich sagen, wir können das noch reißen Aber, ey, ganz ehrlich, der Shen, ich krieg den nie mehr tot Boah, fünf Mann, um dich zu killen Ne, na höchstens, wenn wir bis auf sechs Items warten Ja Ja, wir können jetzt Turtlen, das ist eins Und selbst wenn, bauen die einfach Amor, 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 Amor Ja, vor allen Dingen die Oriana, die macht halt irgendwann so viel Damage Wir können uns nichts dagegen bauen, ne? Ganz ehrlich, wir sind alle squishy Guck mal, selbst Krann, der hat auch keine Rieses Und einfach sofort platzen, sofort weg, ey Und dann mit Sonjas kontern die halt Z-Total Und auch mich, meine Ulti, ist halt auch komplett Blue-Use das dann Ah, krass nicht Ich hol mir Geld durch tote Wards Nein, Orakel läuft aus Scheiße Hm Ja Jetzt tun, ist die Frage Turtlen, können wir nicht tun Wir können Turtlen, das wärs Und hoffen, dass uns da Die Frage ist, wie sehr können wir Turtlen, wenn Shen und Zack reinkommen Also, ich glaub, die können auch zur Not in die Nexus Tower diven, ey So viel Amor die haben Die sind im Bits Tangy, Mann Äh, stimmt, jetzt halt richtig Biest schon, also Die Ashe ist, wie gesagt, gar nicht mal so gut, ne? Naja Ja, die einste, die wahrscheinlich auch platzen würde, oh, da können sie Ich bin tot Ja Einfach an den Tower dann Einfach an den Tower WTF Ey, du kannst die nicht Ja, hast du gesehen, das Schild, also Ja, ja Das Schild vom Shen gibt der echt halbe Life WTF, ey Also Geht backhoppen oder so Ich weiß nicht, den können wir nicht Ja, Kriter, nicht Shen Ja, gut, dann haben wir eh verloren Wollte grad sagen Und jetzt auch nichts Was denn Besser Jetzt können wir ohne Tower fighten Noch besser für uns Guck Ich hab echt getroffen WTF So krass Füß es mal an Guck, Mann, Shen steht da die ganze Zeit Als auf dem Zweck Ey, das ist so krass lächerlich, man Echt, oah Die Team Composition einfach owned, man Echt Es ist so deprimierend, Mann Einige Scheiße Was? Du hast irgendwie wen gekillt, ich weiß nicht wie, aber du hast den getillt Den, den Sack Yeah Ich bin dreistkult wieder da geworden Oh Mann, Shen steht da die ganze Zeit Ja, ja Hier kommt Auf Doom, auf Shen Ja, aber echt Oh my god Okay, gut Okay Wir haben zu der Situation eben, ne? 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 Ja, doch Oder? Also zur Situation eben, wir hätten da einfach einen Tower 4 gegen Finn fighten sollen Ja Es ist zwar Sehr unwahrscheinlich, dass wir gewinnen, aber wenn wir nicht fighten, dann haben wir